Die Karte sieht schon echt babamäßig aus, also wenn man hier so auf die Island zufliegt, die Nuked am Hintergrund, das ist schon sehr sehr nice. Die ganzen Farben bei Rebirth Island, die Lichter und so wie sie alles gestaltet haben, echt babamäßig, gefällt mir sehr sehr gut. Du wichst, nein man, das ist doch so lächerlich, wirklich. Ich hätte kurz nachladen sollen, ich glaube es hätte mehr Sinn gemacht. Oh Junge, danke. Thanks for the help, mate. Ich sah mich trotzdem hoch scheiß drauf. Die Drohne ist in der Luft, Radar zum Rücken, die Drohne ist bei uns. Geh unter mit Schuss. Nice, geht doch alter. Ich geh gleich mit Daddy über rein. Nice, GG's. Digga, hast du ohne der Prezi gerade. Er töte mich fast. Ich habe echt fast getötet, der Frechflatz. Nein, keine Platten, Digga, was soll ich machen, Digga? Egal, egal. Nein, deaktiviert schon. Alter, bist du gut, gell? Ja, noch einer bei der Mauer. Ach, knapp. Nein, keine Muni. Ist der gequittet? Oh, ich dachte schon, Digga, als ob der gequittet ist. Toll. Klass, die haben sich echt gehealt, ne? Ich habe es nicht mehr gehört. Digga, wirklich. Die schießen alle so krank zurück, Digga. Da haben Orbi rausgehauen. Ich weiß nicht, wo die genau rotieren. Vielleicht obenrum springt die es runter? Ja, da ist einer oben. Nice. Ich brauche seinen Loot unbedingt. Nein. Oh, fuck. Ich muss hier unten bleiben. Ah. Wir haben mich im Visier. Oh, fuck. Du hast Platten für mich? Ich brauche Platten, Digga. Oh, oh Gott. Er hat... Nein. Achso. Digga, ich dachte schon, eine Panzerkiste, ne? Wichtig. Die Platte brauche ich. Du bist nicht hier hoch. Okay, jetzt chill. Chill, 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 chill. Chill, 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 chill. Hier bleiben. Noch einer da. Chill, chill, chill. So, wie, tu, wie, tu. Hier, glaube ich, irgendwo. Oh, hier, hier, hier. Oh, big teammates. Holy shit. Geile Runde, Alter. Am liebsten wären wir wahrscheinlich... Oh, nein. Ich will gar nicht wissen, was da abgeht, wenn eine Mannschaft Champions League holt, wie die dann die Sau rauslassen im Hotel. Holy shit. Das war ein bisschen, äh, unlucky. Hey, moin. Was passiert hier gerade? Als er in Bayern gewonnen hat, meinte er, ja, komm zu unserem Mannschaftshotel. Dann bin ich da schon hingefahren. Also, ich war schon vom Bayern Hotel und die war auch irgendwie dann nicht mehr reichbar, Digga. Keine Ahnung, das hat voll gestruggelt und dann musste ich doch wieder heimfahren. Das war voll belastend. Richtig Pech gehabt, Digga. Sonst wäre ich einfach im Hotel gewesen mit den Bayern-Spielern, wo die die Champions League gewonnen haben. Neben Bayern spiele ich gerade meine beste Runde des Lebens. Ja, moin. Oh mein Gott, noch einen genockt. Ah! Echt sauer gewesen, hätte der mich jetzt geholt. Was? Oben noch einer, klar. Wir sind in dem Ding geheimt. 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 Oh, nein. Nein, 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 nein. Warum von hinten, Bruder? Nein. Digga. Deaktiviert. Schau, es ist... Es ist einfach so unglücklich, ne? Es war aber auch klar, dass die den Lowrard abcampen, ne? So, die Kill ist abgestoppt. Geil, fühle ich. Die Felste, wir haben die Geheimt geheimt. Deine Geheimt. Ah! Alter. Junge, Alter. Gerade komplett im Deastmode, anscheinend. In der MG oder so. Komm her. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ah, da. Ha, ha. Ziel, gleich da. Ich hätte nicht challengen dürfen. Ich möchte hier auf dem Dach kurz. Ah, gut auf die Klappen. Ich bin da eigentlich besser. Oha, das ist ja wie mein M16 passt. Das ist sogar mein M16, Leute. Wie sind die hierher gelandet? Ich habe doch meine Sticker genauso konfiguriert. Also das Gute ist, wenn ich hier genockt werde, könnt ihr uns eigentlich nicht finishen. Die sind so tot da hinten. Zielgebiet markiert. Leg los. Hier ist Striker 3-1. Alles klar. Lumpenschlag im Anflug. Digger, wurde die gerade weggebumst. Ha, ha, ha. Hier. Dick, 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 dick. Dick, 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 dick